Ich möchte Ihnen die wichtigsten Artikel vorlesen, um zu begreifen. Die Personalausweise werden an Staatenlose ausgeteilt. Wie können Sie dann als Staat Wahlen machen, wenn wir Staatenlose uns ausweisen lassen? Durch die UNO, das Gesetzblatt. Darf ich bitte vorlesen? Ich möchte besser, dass die Leute... Hallo, ich komme gerne dafür mit Ihnen ins Gespräch. Nein, ich möchte, dass die Bevölkerung weiß, dass wir Staatenlose sind. Es wird öffentlich hochgeladen. Können Sie gerne uns sagen, ich verspreche Ihnen, ich komme nachher. Nein, die verraten das... Das Versprechen von einem Politiker in diesem Land?